Ja, willkommen zurück zu Day of the Tentacle Remastered. Remastered. Genau, weiterhin mit Fabian und Jakob. Hi. Und ja, dem tollkühlen Hoagie und ja, dem Gaul, den wir vielleicht jetzt mal doch ins Maul schauen wollen, weil er grinst schon so fröhlich. Ja, er bietet uns seine Zähne quasi schon an, aber... Ja, ich plädiere immer noch dafür, dass es Goldzähne sind, weil der echt immer so grinst. Was ist denn mit dem Dosenöffner und den Zähnen? Also es klingt jetzt ein bisschen brutal, aber... Man kann es ja mal mit der Holzhammer-Methode... I'd rather not. Okay, gut, das ist... Oder mit der Bürste, vielleicht mal die Zähne schrubben. Dann können wir sehen, ob sie Gold sind oder nicht. I don't want to. Na gut, er will nicht. Okay, und rot anmalen wollen wir sie jetzt besser auch nicht. Na gut, ich mag es, wie es ist. Wohin, das rote Pferd? Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, nein. Ja, gut. So, dann schauen wir uns mal nach. Das sind die beiden Söhne. Ned und Jet. Ned und Jet. Die Söhne von Fred. Ja, ich weiß, dass wir beide realen sind, aber wir sind nicht einer von uns McCoys. Wir sind Edisons, Ned und Jet. Wer ist wer? Does it really matter? Even our dear father can't tell us apart. He only knows that one of us is left-handed while the other is right, but that neither of us are following in his tiny scientific footsteps. Hold still, Jed. So, I'm almost too frightened to ask, are you the marble delivery man? Or the model? Praglich, wer wäre er für das Model, oder? Soll ich mich jetzt ausziehen, ne? Ja, oder? I'm the model, should I take my clothes off now? No, no, you most definitely should not. We couldn't get your body shape right anyway, unless we cemented two slabs of marble together. But then your statue would have a big seam in it. That's okay, it would have... Noohohohoho! Noohohoho! Don't call us, we'll call you. Okay. Arschhumor, immer noch der Beste. Ich bin kein Marmorhent, aber heartes Zeug ist mein Leben. Okay. I'm no marble delivery man, but Rock is my life. Rock? Ah, noch besser, ja. I'm sure that's terribly amusing. Where you're from? Where exactly did you come from? Aus'm Plal? Moment, wo ist das noch gleich hier? Es ist jedenfalls eine Anspielung. Hätte ich es draußen vom Wald vielleicht noch, aber... Ja. Ich lebe in einer WG mit Bernard und Laverne. How nice for you. How nice for Bernard. How nice for Laverne. How nice for everybody. Well, actually, they never let me play my music very loud. Yes, of course. Well, goodbye. Oh, ja. Ich glaube, wir sollten doch auf die Rand machen vielleicht. I'm the delivery man, okay? If I unload in here. Actually, we are well supplied with medium. So, thank you, no. Okay. This ain't medium, it's the extra large stuff. Okay. Please go away. We artists are very sensitive to your kind of people. Oh, sind die anstrengend? Ja. Der andere redet noch nicht mal. Das ist besser so. Artist. Big dumb people. Yeah, okay. Sorry, hope I haven't jostled yet. Too late. Aha. Oh, ja. It's Ned or Jads Head. It's Ned or Jads Head. Moment. Ah. Ah. Ah, this is also Jack. I'm going to try it. Wow, doesn't even blink. Please do not perturb my model. Sehr geil. Okay. Wow, doesn't even blink. Also auch. Please do not perturb my model. Oh. Oh. Rechtshänder Hammer. Aha. Ah. Wird ziemlich stark betont. Kann das sein? Ja. Okay. Gucken wir das mal an. Da auch eine Geschichte dahinter steckt. It must be Ned's. Or is it Jads. Nehmen wir. Sehr geil. Oh, ja. Da protestiert auch niemand. Ah, sehr gut. Perfekt. Wir haben schon beide ein ganzes. Please give me back my hammer. Ach so. Äh. Ja, okay. Dann gehen wir eben zurück. Ja. Äh. Ich glaube ich verschöpfend. Ja, ich denke auch hier. Gibt's nicht viel zu holen. Oh, was passiert jetzt? 400 Jahre später. Ach ja, genau. Die gibt's ja auch noch. Die Medizinstudentin, sag ich jetzt mal. Die Biologin. Get me down from here. Oh, was passiert jetzt? Ja. Irgendwann reißt auch bestimmt die Kleidung. Aber ich meine, währenddessen 400 Jahre in der Zukunft ist natürlich auch wieder geil. Ja. Das stimmt. Flottwist. Ja. Ich weiß. Ja. Okay. Den Korridor kennen wir in anderer Form auch schon. Ja, ja. Genau. Stimmt. Hier steht eigentlich ein Süßigkeitenautomat. Oh, guck mal. Guck mal das Bild. Oh. Hast du auch Sam & Max gespielt? Ne. Leider nicht. His petard runneth over. A lamentable fate for such a patriotic dude. Äh, Sam & Max ist ein eigentlich noch verrückteres Adventure. Ich glaube, das ist noch ein bisschen kürzer, aber... Sagst mir auch irgendwas, aber ich mein... Glaubst du nicht, dass ich's gespielt hab? In jedem Fall saugeil. Musst du nachholen. Äh. Oh, Finguine. Oh. Es ist Januar? Ja. Oder ist es länger nicht umgestellt worden? Möglich. Ah, Drachenpläne. Das ist nach Addisons... Oh. Die... Ja, die sollten wir aber mitnehmen, oder? Alles was geht, wenn ich... Dann eher die Weinflasche vielleicht. Und der wird in 200 Jahren einiges wert sein. Zack. Können wir gleich mal in die Toilette schopfen, oder so. Genau. Einfach rein da. Hey, what's that on the plans? It looks like a secret backwards message. Oh, it's just a coffee stain. Ah, eiiiia. Looks like he spent a lot of time in there. Ben? Ben? Ben ist Franklin. Ja, ja. Okay. Die Kiste? Ne. Stimmt. Ja, gut. Was gibt es hier Schönes? Oh. Ja, die fahren in Würfel. Hey chill, take your time. Don't tell me you've got another design change for the flag. Hm. Also die sind nicht ganz so verloren, obwohl die oben rechts. I've got another design change for the flag. Hm. I knew it. What's the current brainstorm from our fickle founding fathers? Äh. Krumfarmel noch. Oh, was da hat er. Ich stelle das mit einem Totenkopf mit Skorpionen im Mund. Äh, das klingt schon mal sehr verloren. Obwohl ich auch ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitachs finde ich auch gar nicht schlecht. We need a babe in a leather bikini swinging a Breitachs. Oh, what the heck. At this point I'd do anything just to have it over with. Hm. Put the pattern on the table and I'll look at it when I'm done with this job. Ach so, also brauchen wir einen Plan dafür. Ja. Äh. Schade, dass wir die Drachenpläne nicht mitnehmen konnten. Oh, vielleicht nimmt er sie ja jetzt gleich. Äh, gucken wir hier erstmal. That'd make a killer T-shirt. Hahaha. Das stimmt. Ja. I like these. Too late. You've already rejected those. Wahrscheinlich, ja. Und das T-shirt gibt's wahrscheinlich auch. Stars and Stripes, dull, dull, dull. Hey, don't criticize, unless you've got a better idea. Okay. Gosh, I never want to mess with history. Okay, aber wir sollten also irgendwie auch noch vielleicht Pläne auf... Oder können wir die rote Farbe auf die Pläne verwenden? Vielleicht. Oh, vielleicht. Aber ich meine, gucken wir mal, ob wir das nicht doch jetzt nehmen können. I don't understand that technical stuff. Hätte jetzt sein können, dass wir da jetzt Lachenpläne haben. Ja, ja, klar. Äh, aber ich versuch das mal mit der Farbe, ja. Nah, I like the white idea. Okay. Hätte ja farblich gepasst. Ja, ich glaube, dann müssen wir da einfach erstmal auf das richtige Item stoßen. Hm, okay. Ah, das ist George Washingtons. I bet it calls the butler, just like on TV. Ja. Wollen wir doch mal schauen. Here I am, don't get your pearls in an uproar. Excuse me, Mr. Washington. Oh, einfach so hindurch. Okay. Ach so, sie putzt da jetzt einfach. Okay, können wir sprechen. Kann man mit dir? Ich kann nicht mit dir sprechen, ne? Hey, lady. Yes, Mr. Washington? Ich bin Oki. Hast du auch putzt? Don't you have any cleaning supplies? Like most meds, I keep them on me cart. In the hall. In the hall. Hm. Ja, das oberste, oder? My name's not Washington, it's Hoagie. Washington. Ha, that's funny, Mr. Washington. Imagine being named after a sandwich. Okay. Kennst du Hoagie Sandwich? Also mir sagt das leider nichts. Ne, aber es wird hier zum Running Gag gerade. You're right, I am Washington. I knew it. Ha, okay. Ah, okay. I'll let you get back to your work. Das heißt, draußen dürft ihr jetzt die Putzwagen stehen? Yes, Derek lost it on. Stimmt. Dann gehen wir mal schnell raus. Und äh. Ah, da. Ja. Kann man irgendwas? That's not what I'd call a lot of cleaning supplies. Seize. Reicht uns. Aha. Get away from dad. Ach, nein. Okay. Das hat uns jetzt sogar nach unten geschickt. Müssen wir jetzt einfach nur schneller sein, oder? Das weiß ich auch nicht. Versuchen können wir es, ne? Oder wir müssen sie ja noch ein bisschen in ein Gespräch verwickeln, dass sie irgendwie noch auf andere Gedanken kommen. Okay, der Wagen war schon wieder weg, sie ist nicht mehr da. Ah, also. Aber wir brauchen, denke ich mal, die Seife. Bestimmt brauchen wir die Seife. So läuft das halt. Ja. Eben. Seife nehmen. Ah. Ah. Vielleicht kann man diese Sequenzen irgendwie abbrechen. Äh. Oh. Besser nicht. Besser nicht. Okay. Vielleicht kann man irgendwie Leertaste oder sowas machen. Vielleicht hätten wir am Anfang einfach aufpassen sollen, wie die Steuerung funktioniert. Das stimmt. Das hätte ich mir aufpassen sollen. Damals in Folge eins. Guckt sie euch an. Genau, genau. Äh. Ja, dann, äh. Wie machen wir jetzt weiter? Lass es nochmal einmal probieren. Vielleicht können wir da irgendeinen Gegenstand geben, oder so. Oder? Oder wir legen die Maus dahin, oder so, und dann muss sie vielleicht die Maus putzen. Ja, vielleicht hat sie dann... Oder sie hat Angst und rennt weg. Ja. Einen von beidem, ja. Genau. Äh. Okay, erst die Maus hinlegen, oder erst... Ja, erst mal klingeln, ne? Ja, erst mal steht ja der Wagen noch ganz klar. Genau, ja, ja. Schön. Excuse me, Mr. Washington. Obwohl sie auch nicht so scheint, ob sie so besonders gut sieht, aber... Dann schauen wir doch mal, äh... Ja, sonst fällt mir dazu auch nichts ein. I think not. Okay. Okay. Oder bei ihr im Raum halt einfach. Bei mir mit der Seife. Ah. Nee. Nee. Bla 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 bla. Ja. Wie schön, dass wir immer den ganzen Monolog bekommen. Ja, das stimmt. Ich meine, ist das jetzt einprägend. Aber... Kann man die Maus vielleicht in den Raum hier aufs Bett legen, oder so, etwa? I think not. Also... Schade eigentlich. Oder man den Rotwein, und sie muss den Rotweinfleck putzen, oder so? Das kann natürlich sein, dann brauchst du hier ein bisschen länger. I don't wanna. Hm. Also... Irgendwie nicht, aber wie kommen wir an diese Seife? Sowohl, also ohne mich jetzt wirklich dran zu erinnern, sowohl was die Farbe, als auch was den Wein betrifft, habe ich so eine Ahnung. Äh, darf ich eins davon mal ausleben? Ja, ja. Okay, okay. Dann machen wir das mit dem Zimmer später. Ja, eben, die Seife wird uns ja nicht weglaufen, glaube ich. Gut. Eigentlich gibt's sowas ja selten. Weglaufen die Seife? Sie können sonst höchstens wegflitschen. Ja, ja. Ich meine auch in so Point-and-click-in-so-Adventures eigentlich, du kannst ja alles später machen, und es passiert ja immer dasselbe, wenn du da wieder hingehst. Okay, jetzt, äh... Also, bei einem bin ich mir ziemlich sicher, dass das klappen müsste. Schauen wir mal. Und zwar zu den Toiletten. Okay. Und da war doch dieser Kumquat-Baum. Ich habe mir das Wort gemacht. Ja. Ja, genau. Und dieser Kumquat-Baum, der ist vielleicht zu einem Kirschbaum umgekehrt. Ah, du sagst es, ja. Ah, ah, er macht es! Ja, geil! Es ist geil. Okay. Das dürfte Washington drin jetzt auch gesehen haben. Und dementsprechend kann er uns jetzt, ja, Holzhacken und ein Kamin damit in Gang bringen, den Kamin. Und, ja, vielleicht wird dann sogar, äh, genug gewärmt, um eben die Freiheitserklärung weiterzuschreiben. Hm. Also. Das ist ja hier... Was man immer so machen muss, damit man das machen kann und dann wieder rummachen. Echt? Und dass die Freiheitserklärung auf einen einmal rote Farbe zurückgeht, hätte ich auch nicht gedacht. Das ist... Das sind Zufälle der Geschichte, weißt du? Ja, ja. Das stimmt. Okay, nochmal. Excuse me. Josh. Ich würde sagen, halten wir die Spannung hoch. Ich sehe nämlich gerade, dass die Folgenzeit erreicht ist. Ja. Von daher geben wir euch auch noch ein bisschen Zeit, über die Kirschbäume nachzudenken und, ja, schauen in der nächsten Folge, wie George sich denn an unseren, ja, Fake-Kirschen erfreut. Kumquat-Kirschen. Genau. Ja. Kirschquat. Genau. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Definitiv. Bei Day of the Tentacle Remastered. 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 Danke Fabian. Bis dann. Tschüss. Ciao. Schneidered. Nuevo Videoram Kapler. In des tutschigankeld. In des tutschigankeld. Intermation.